Tja, wir haben heute den 12. August 2019. Die letzten Vorbereitungen, Traubenteilen, Traubenkorektur steht an. In vier bis spätestens fünf Wochen geht es mit der Lese los. Zweigelt, wie wir da haben, ist meistens der erste zum Lesen, gefolgt vom gelben Muscatella und dann kommen die anderen so nach und nach weiter. Wir haben sehr schön ausgebildete Trauben da, aber mitunter sind Beitrauben drauf. Das kleine Würstel auf der Seite nennt man Beitraube, wo es mit der Reife mit den Einfärben nicht mithalten kann. Und das wird jetzt händisch abgeschnipselt, entfernt, damit das noch später in der gesamten Masse nicht mehr stört und die Qualität beeinflusst. Wir haben da einen sehr schönen Behank. Traubengewicht von 180-190 Gramm pro Traube und das acht bis zehnmal am Stock auf 90 Zentimeter Abstand. Da kann man ganz gut einmal die Uni oder andere abschnipseln, die im Reifestadion noch nicht so weit ist und offensichtlich die Qualität stört. Das ist jetzt eine konsequente Hand- und Kontrollarbeit und gleichzeitig auch die Geizen, die sogenannten Nachwuchstrauben, die man nicht brauchen können und die nur unnötig soft abziehen, so wie das wird. Das sind die sogenannten Geiztrauben, Geiztriebe oder Achseltriebe, wie man das auch nennt. Das sind eigentlich nur Schmarotzer, die dem wertvollen Haupttrauben die Energie stehlen. Die werden auch abgezwickt, damit jeder Tropfen von dem wertvollen Wasser geholt in die Traumeinigkeit, den wir zum Keltern brauchen. Wir haben seit Weihnachten ca. 180 Liter Niederschlag gehabt. Das ist sehr wenig. Deshalb ist das Mulchgross sehr niedrig geworden, um alle Schmarotzer auszuschalten von vornherein. Wir müssen mit dem Wasserhaushalt sehr sorgfältig umgehen. Da haben jetzt ein Schwanzspitzel, das nicht einfärben will richtig. Das wird auch abgezwickt. Da haben wir einen ganzen Traum, der noch recht grün und schrottig ist, der kommt weg, dann bleibt halt noch ohne über. Und dann wieder das Beitrauberl. Man sieht da schon einen Unterschied. Das ist mindestens eine Wocheunterschied drin. Wenn ich anfange zum schlampig werden, dann wird alles Zommer-Schlamperei und das ist nicht unsere Philosophie. Da haben wir eine sogenannte dritte Traumum. Das ist von der Basis her die erste, zweite und die dritte, die viel schlechter versorgt wird vom Stock. Die kommt generell weg beim Rotwein. Bei anderen Sorten allerdings kann man es lassen, wenn man so wie da jetzt der Beil beispielsweise eine Spitzlauber nimmt. Wenn ich bei zwei Haupttrauben die Spitzen wegnimmt, dann kann ich eine schön ausgebildete dritte auch einmal drauf lassen. Das ist eine oder andere Plattl-Chimpanovic, was direkt die Trauben behindern. Da haben wir jetzt eine riesige dritte Trauben, die aber zu früh ist, die wir in der Masse nicht mehr brauchen. Die wäre vielleicht nicht einmal schlecht für Soft oder irgendwas anderes zu brauchen, aber im Moment stirbt es da, weil wir eine schöne aufgelockerte Zone brauchen. Eigentlich schon drum, ja, aber man muss da konsequent durchgreifen. Da ist jetzt einmal ein Merlot zwischen. Das ist passiert beim Nachsetzen. Da hat sich der Rebschulist irgendwo verdammt, mit der Sorten. Der reift mir um drei Wochen später, drei bis vier Wochen. Sollten eigentlich da gar nicht dabei sein. Aber wir tolerieren es halt auch. Den Anzahl an den Stock einmal. Und das ist das gewünschte Ergebnis, was wir eigentlich von allen Trauben haben wollen. Blitzsauber, schön, sogar lockerbärig, dass man es bewegen kann und ein bisschen drehen kann, ohne dass es aufspringen. Das ist leider in so einem Jahr wie heuer nicht überall der Fall, weil das Wachstum im Juni ganz extrem war. Wir haben Längenwachstum gehabt bis zu zweieinhalb Meter in einem Monat. Und dampfen tut es schon wieder. Es hat 33 Grad im Schatten. So eine Katastrophe. Wann kommt der Regen? So, mit Zweigl sind wir fertig. Der braucht jetzt nur mehr Geteilen und Zucker bilden. Die Färbung ist absolut gegeben, das haben wir schon gesehen. Da steht eine wunderschöne Ernte 2019. Nichts mehr im Wege. 2016 haben wir nämlich überhaupt keine Rotweine gemacht. Das ist mir gerade eingefallen. Das war das Frostjahr. Das hat sich überhaupt nicht gepasst. Da haben wir mit den rotfärbigen Resten nur Roséweine gemacht. Die waren aber sehr fruchtig. So, jetzt gehen wir noch zum Weißburg runter. Da haben wir auch noch ganz dicke, pralle Wolzen zum Durchzwicken. Das ist wieder ein anderer Bereich. Und dann gehen wir noch. So, wir sind jetzt beim Weißburg runter angelangt. Da haben wir vor vier Wochen etwa die Vormittagseiten schon entblättert, locker gemacht. Und da haben wir auch wieder sehr pralle Trauben dabei, die in der Mitten aufbrechen. Das sieht man jetzt schon, sie platzen. Und die stockigen Beeren muss ich auch ungefähr ein Drittel entspitzen, damit sich der Druck nach unten verteilen kann, damit größere Schäden ausbleiben. Es schaut für einen Laien sehr brutal aus, muss ich sagen, aber es geht da kein Weg vorbei. Bevor die Vollräufe eintritt, schneide ich ein Drittel ungefähr von der Trauben weg. Dann entspannt sich der Druck von oben nach unten. Das Bärengerüst wird ja nicht mehr länger. Und dann haben wir die Möglichkeit, dass wir wunderschöne ungeschädigte Trauben herabschneiden können bei der Laser. Sonst haben wir immer im mittleren Bereich Platz erdringen, die dann zwei Drittel der Trauben versauen. Dann haben wir gar nichts drauf. Ein bisschen Sonnenbrand gibt es da auch. Das lässt sich halt leider nicht vermeiden, nur so einem aggressiven Sonnenjahr. Da haben wir auch wieder so kleine Seitenwürste drauf, die in der Reife nicht mithalten können. Das ist ein Stockkrieg und stur hart gegenüber den anderen. Die sind schon wach und zum kosten. Und die ganzen kleinen Würstchen machen da in Prozenten, sagen wir mal, sieben, acht, zehn Prozent aus. Wenn ich das alles mit reinschneide, dann versau ich mir mein ganzes Erntegut. Also muss ich auf das auch eine Obacht geben und wegzwecken. So, da ist fast ein Drittel von der gesamten Trauben Stockkrieg und sklumpelt. Das kommt einfach rigoros weg. Das ist eine Verletzung vom Laubschneider. Dort, die gingen ein bisschen zu scharf, zubig gemacht. Aber das ist nicht so tragisch, weil die ausgetrockneten Bären fallen bis zur Läse komplett ab. Ja, der Mara, wirst du euch drüben gegangen, bei der Wölsch-Riesling? Du, ganz gut eigentlich. Es ist das Problem, was man halt immer wieder sicher ist, dass die Bären jetzt schön wach werden und dementsprechend auch die Größe annehmen. Und dadurch ist sehr viel Druck da und den muss man einfach entlasten. Und das war jetzt eine wichtige Aufgabe, dass man halt ein Drittel ungefähr, kann man sagen, also ein Spitzel wegnehmen. Ja, damit man wieder das erreicht, die Qualität, was man haben möchte. Ja, und unsere Philosophie ist ja eben nicht irgendwas und auch keine große Menge. Wir brauchen keine Zehntausender-Tanks, sondern das, was da ist, muss maximale Qualität bringen. Und das ist auch unser Hausgeheimnis, dass wir viele Kabinettweine haben, Finalisten, Landessieger, Gebietssieger und so weiter. Das ist unsere Erfolgsquote. Das hängt halt mit beinharter Arbeit zusammen und das passiert halt auch heute über 33 Grad, da kriegst du nicht aus. Gut, machen wir weiter. Musik 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 Da haben wir jetzt ein typisches Press-Opfer, wenn man so sagen will. Die fangen dann mit zum Explodieren an, in Kürze durch die Soft-Zunahme und die Zunahme der Reife fängt genau das Nest zum Schimmeln an, wird dann Essigfaul und versaut das untere Drittel und das obere auch noch durch kapillare Wirkung. Wenn das aber rechtzeitig jetzt abgetrennt wird, dann ist der Druck weg und es passiert gar nichts mehr. Als eine neue Mitarbeiterin und Schwiegertochter ins Bay hat er unseren Buben verführt und mittlerweile ist voll integriert da in den Weinbau, in Buschenschrank, macht sich stark in allen Bereichen, Registrierkasse, Buffetgestaltung, Leiter organisieren, Laser und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Haken, der ja sehr zeit- und nervenaufwendig ist. Ständig die Leser anrufen, hast heute Zeit, wer kann, wer hat nicht Zeit und wenn es dann am Lesetag regnet oder was, dann musst du schnell schalten und wieder verschieben und dann Ersatzdämmen finden. Das ist ziemlich nervig. Ich bin froh, wenn ich nicht immer selber alles erledigen muss. Was hältst du davon, wenn wir an den Trinken gehen? Also, bei dieser Hitze würde es mir auch ratzen, ja. Wir haben heute 33 Grad, zuvor waren es 34, am Thermometer. Du, halt einen Moment, ich weiß ja, wo wir da stehen. Wir sind ja beim Weißburgunder. Ja. Ja. Man kennt man die Bladen und so gewisse Sachen lernt man ja in der Schule. Und ich denke, so ein Sommerspritzer mit dem Weißburgunder, der schickt sie sich hier. Das freu ich. Es muss ja nicht immer Wölschriesling sein, weil die besseren Sachen trinken wir selber auch gern. Tja. Ein Kabinett haben wir ja noch. Ich glaube. Komm, gehen wir. Gehen wir. Auf Wiedersehen. Weißburg-Under, Vulkanland, DRC, haben wir heuer das allererste Mal. Seit November 2018 ist es legitim, einen Vulkanland DRC zu machen. Viele Winzer sind dazu noch nicht bereit, für die geistigen Haltung oder für die qualitativen, das sei jetzt mal dahingestellt. Wir haben uns entschlossen, immer vorne dabei zu sein. Also, Tiertl, Prost! Ja, Prost, Schwieger Vater! So ein Sommelsprezer, das ist wirklich das Beste jetzt auch. Wer mir glaubt hat, jetzt da rein schalten, da sind sie ein bisschen belüftet. Das war jetzt. Aber dann verdrehen wir sämtliche Nachbarn. Der braucht eine Generalreparatur, weil da fliegen die Trümmer weg, wenn er zu laufen anfängt. Nächstes Jahr nach, bei der 100-Jahr-Feier machen wir das. Eine herrliche Gegend haben wir da, das ist sehr unbezahlbar. Abonniert zwei Treppen und drei Meter Winde aus. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Die Töne h bowt hat, wie ich jetzt das überwarte. Der startede nach Fertig. Die Töne fährt wieder in der halke Beobachträgen. Die Töne fährt wieder an. Die Töne beteuft den H 우선, wo es nicht gut geht. Das ist wirklich wichtig. Ich bin eher wichtig. Das Sauvignon ist ein eigenes Kapitel. Sauvignon blau hat gern verdunkelt ein bisschen, um sein grünes Aroma lang zu erhalten. Man sollte eigentlich erst unmittelbar vor der Ernte ein, zwei Tage vorher, runtergezupft werden. Nur kann man damit die Trümmer nicht sehen, weil wir so lange zugeworden. Jetzt schauen wir, dass wir wenigstens den unteren Laubkittel wegtun, um eine Belüftung der Traubenzone zu erreichen. Warum Belüftung? Es könnte sich nach Schlechtwetterzone einschleichen mit viel Regen, dass die fertigen Trauben nachher zum Faulen anfangen, das wollen wir überhaupt nicht haben. Oder die Insekten. Die Kirsche-Essig-Pflegen ist von Asien eingesteppt worden und mit der haben wir schon einmal die Bekanntschaft gemacht. Das ist ein bisschen leider ein schlimmes Viechertes. Wenn es aber luftig Licht erzogen ist, dann haben wir vorgebeugt. Jetzt haben wir da die Sonnenbescheidung nicht so krass wie bei den Trauben. Und trotzdem ist die Traubenzone schon ein bisschen offen. Schaut recht gut aus. Sollte wieder ein Plagenwein werden, so um die 20, 21 Gloss der Neiburger Zucker gerade. Das schafft er im Normalfall immer. Da haben wir einen Doppeltrieb, einen Zwillingstrieb. Selbst wenn ein schönes Traub entlauben ist, da lasse ich mich nicht beirren davon. Das kommt rigoros weg. Das ist mächtig viel Handarbeit drauf. Aber da geht einmal kein Weg vorbei. Wenn man was gescheites haben will, dann muss man sich halt ein bisschen Leine knieren. Eine Möglichkeit gäbe es im Frühjahr nach der Blüte, das heißt so um Mitte Juni, wenn zum Schrottkorngröße aufwachsen, die Perlen, das Laub mit einem Schussgerät, mit einem Druckluftimpuls zu entfernen. Leider ist heuer unser Kumpel, ein Kollege, der sowas hat, verhindert gewesen, weil der Traktor kaputt war. Da haben wir den Termin halt verpasst. Und es bleibt unglaublich viel Handarbeit. So, jetzt haben wir eine wunderbare Voraussetzung geschaffen, dass auch bei Schlechtwetter Faulherde ausgeschlossen sind. Es kann immer schön Luft dazu, Licht und trotzdem ist es von oben aber abgedunkelt in der Mittagshitze. Da muss man schon ganz schön aufpassen jetzt, weil die Beeren innerhalb von wenigen Tagen bereits hoch geworden sind und da jede Verletzung auch Faulherd bilden könnte. Und damit eingehend Essigstich und solche Sachen, das brauchen wir überhaupt nicht. So, jetzt haben wir eine wunderschön aufgelockerte Zone, gut belüftet, durchlichtet und die Laubbahn hat trotzdem 1,80 Meter. Das ist eine unglaubliche Voraussetzung für Spitzenwahr. Ich glaube, es ist wieder Zeit für ein Schluckerl zum Trinken. Die Hitze ist unglaublich, da trocken wir aus. Nehmen wir wieder einen Schluck. So, jetzt schauen wir noch einmal, was unsere braven Weinleiser heute vormittag gemacht haben. Es ist momentan noch so viel Detailarbeit zu machen, dass wir selber gar nicht zusammenkommen mit den Trümmern. Das ist damals ein junger Loch, der ist prächtig angewachsen. Im Mai die Pflanze hat gesetzt, Ende Mai. Und sind schon zum Teil 2,5 Meter lang. Ein paar Unterlachsreben habe ich gesehen, bin durchgefahren. Die muss ich wieder auszupfen, abschnipseln. Jetzt geht es in die andere Riede, nach Reikersberg. Dort haben wir ein Teil Musketeller und einen größeren Teil Welsch-Rieslingstäh. Ideale Lage dort im Südost ausgerichtet. Das ist der dritte von vier Herrenbergen insgesamt. Die ganze Ortschaft Herrenberg besteht aus vier Berggruppen. Und das ist der dritte davon. Herrenberg, Heiberg, Schiedlegg. Und was ist der vierte? Herrenberg, Heiberg. Ist eh wurscht. Hauptsache, sie wissen alle, wo sie daheim sind. Jetzt haben wir Edelkastanien. Da haben wir schon im Herbst was zu tun. Auf dieser Strecke haben wir vor drei Jahren einen kleinen Wandertag gemacht. Ganz unkompliziert ausgeschrieben, mit musikalischer Untermalung. Das waren drei Jahre. Drei Jahre? Ja, drei Jahre. Freigestärkt drüben vom Hobbysportplatz weg bis nach Hause. Und die Tamara hat dann auch eine Weingartenführung gemacht zwischendrin. Die Leute haben den irrsinnig Tag mit der Harmonika begleitet. Und da oben haben wir dann ein kleines Fessel veranstaltet. Einfach so. Weil es lustig ist. Gerade auf dem Land. Auf der Seite links habe ich einen Hektar 20 Weingarten. Den haben wir hier auch mit Ende Jänner vorzeitig aufgegeben. Pachtflächen. Ein Jahr wäre die Pacht noch gelaufen. Aber wir sind ein bisschen überfordert. Und die Sozialversicherung hat mich schon so abgeschröpft. Das mache ich nicht mehr mit. Sechs, da drüben haben wir jetzt die Wölsch-Riesling-Rede. Der dritte Laubschnitt wartet schon. Die ersten sieben Reihen sind Muskateller. Die haben wir schon vor sechs Wochen abgeladelt. Damit es keinen Sonnenbrand gibt. Haben sich sehr schön entwickelt. Da ist auch ein recht lockeres Laub. Ganz super. Muss ich sagen, ja. Schau, schau, schau. Was ich jetzt entdecke. Ich glaube, ich habe es allein. Sechs habe ich schon verschließen. Seit April. Von den Gurkachen. So. Geh gemusst haben. Naja. Da gehst du links und rechts rein. Aber du merkst, dass ich ein bisschen einen anderen geladen habe, wie daheim. Das schaut so grün aus. So matt irgendwie. Daheim sind sie richtig gelb. Mit der Korrektur. Brauchen wir da. Wer weiß gerade was. Da haben wir wieder eine. Jawohl. Es geht schon. Aber es sind sehr grün. Komisch. Naja. Das wird schon passen. Das lassen wir einfach so. Bis jetzt waren es immer eine Woche später, wie unsere daheim. Die gleiche Unterlage vom gleichen Hersteller. Woran es liegt, kann man nicht sagen. Die Lage ist auch die gleiche. Südost. Na ja. Schauen wir mal, was die Lasereitre gemacht haben. Hier. Da sieht man schon, dass sie ein schönes Material runtergeschnitten haben. Ja, das ist die Realität. So schaut es bei uns aus. Wenn wir hochwertige Qualität machen wollen. Es sind ein bisschen Zache dabei. Die sowieso wegkehren. Überschüssige. Und die, was extrem aupressen. Da haben wir Schwanzl weggeschnitten einfach. Man merkt jetzt schon seit in der Früh, dass die schon ein bisschen aufmachen. Und jetzt relativ sich gut biegen lassen. Durch das Angeln. Ja, voll. Ein Stillgerüst ist irgendwo bei 10, 11 Zentimeter Längen fertig gewachsen. Und kaut dann nicht mehr weiter. Da kann man nur so eingreifen. Wir haben unser Bestmögliches getan. Jetzt brauchen sie nicht mehr reifen. Lesetermin voraussichtlich 25. 28. Wahrscheinlich. Ja, viel früher nicht. Wir sind noch recht sauer. Da ziehst du dann auch die Zeit zusammen. Früher war der Wäschwiesling der letzte immer. Ende Oktober. Anfang noch 15 sogar. Da haben wir mit Kühlwein, Hamtschuch und Pudel gearbeitet. Gut. Das schaut schon gut aus. Perfekt. Das kann ich jetzt auch hinreifen. Mal. in der Mitte schon aufpresst hat. Aber dadurch, dass die Trauben jetzt nach unten entspannt sind, fällt das nicht mehr so ins Gewicht. Das kann austrocknen und abfallen. Einmal abschneiden noch nächste Woche und dann lassen wir es stehen. Dann machen wir wieder ein gutes Saft. Längenwachstum haben wir gehabt. Bis zu vier Meter. In wenigen Wochen. Anfang Juni waren wir da beim Einschlupfen. Da haben sie gerade den ersten Draht erreicht. Und 14 Tage später sind sie drüber runtergehängt. Das war unglaublich. Der Wölsch hat die Saumodi, die Blöde, dass er bis zu fünf Trauben bringt. Haben wir auch schon mal gehabt. Den kannst du sowieso nicht lassen. Vierte, fünfte, rigoros weg. Und die dritte noch im Ausnahme vor lassen. Wenn wir jetzt die Trauben gekürzt haben, lassen wir die dritte um zum Mengenausgleichen. Und dann kann der ja noch gescheit nachreifen. Mausbefall haben wir leider Gottes sehr viel. Die Wühlmaus frisst sie da durch den Boden durch. Macht Schäden. Frisst sogar alte Steckhau mit zehn, zwölf Jahren noch. Da sind einige kaputt gegangen wieder her. Dann haben wir eine Junge nachgesetzt. In Schutzhüllen verbockt. Und haben sie etwa Zähne angefressen. Die Wurzeln komplett angefressen und haben sie rausgeschoben vom Mausloch. Das ist unglaublich, was die Viecher zusammenbringen. Ja, da hat er einen Schlag getroffen. Das gibt es genauso wie bei Menschen. Nur, dass der halt nicht in den Spitol kommt. Na ja, aber es sind zwei Triebe hier oben, die recht gut ausschauen. Also hat er nur eine Chance für nächstes Jahr. Darf er nur schnell bleiben. Der junge grüne Trieb, der heuer noch keine Frucht bringt. Wird nächstes Jahr mit einem 90 Grad Winkel angebogen. Ganz dezent. Und einmal, zweimal um den Trot herumgebogen. Und du einfach vorne festhängst bei den nächsten Strecken oder bei der Saal. Und holt sich so komplett das Lungen an. Dazu bedarf es keiner Bindung mit Fremdmaterial oder sonst irgendwas. Es ist recht praktisch und arbeitssparend. Der Stigerstreifel deutet auf Esker hin. Das ist eine Viruskrankheit, eine neuartige, mit der man seit 10, 15 Jahren vermehrt zum Kämpfen. Wird immer mehr. Kann sein, dass den Stock komplett auffrisst, dass man mit dem Traktor ausreißen nachher. Da kommt halt wieder ein junger Zug. Das Hauptproblem bei Esker ist ja eigentlich, dass die Soft-Leitungen, die Soft-Bahnen gestört werden. Das heißt, wenn man jetzt so einen aufschneiden würde, dann würde man ein dunkles Stollen sehen, wo dann die Störung eben ersichtlich ist. Das ist eigentlich bei Esker. Und die sind wirklich knollrot. Ich meine, das ist jetzt schon eine Braunfärbung, aber zuerst sind sie wirklich schön knollrot. So könnte man das eh nicht. Das Problem vom heutigen Jahr ist generell, man sieht ja, das Laub ist sehr durchsichtig und grün schon. Das ist fast wie Klarose. Dass wir eben einen Niederschlagsmangel haben. Wassermangel. Das ist unser meistens Problem. Wir haben seit Weihnachten 170, 180 Liter Niederschlag gehabt auf dem Quadratmeter. Und das ist gar nichts eigentlich. Das sind zwei, drei kräftige Wetterringen in einem normalen Jahr. Das obere Drittel ist sehr sandig. Runden passt halt die Zusammensetzung vom Boden, Lohm, Schluff. Aber das Wasser fällt generell. Dafür ist es auch wichtig, dass ich nächste Woche nochmal mit dem Laubschneider durchfahre. Alle Triebe abkappen, weil die Energie, die hier jetzt ausgewächst, ist verloren. Die brauchen die Trauben. Ja, schaut gar nicht so aus, dass es steil war, wenn du so drüben herumschaust. Aber wenn du so drüben schlappst den ganzen Tag, dann weißt du schon, was die Wadeln hergehen müssen. Und beim Traug, da merkt du das erst recht. Da drüben hat es auch für 40 Prozent Steigung. Da kratzt man sich im Stammteil. Ja, muss man schon wieder denken. Ja, maschinentechnisch musst du sehr viel denken. Wegen Abkleiden. Der Boden ist jetzt hart wie gefroren im Winter. Wenn kein Wasser da ist, kann sich der Stuhl nicht reingedrucken. Zwischendurch hat die Wühlmaus leider Gottes immer wieder einen Stock hochgefressen. Ich meine, nicht eine Maus. Wir haben da sicher einige Dutzend drinnen, die schon errichten. Und dann haben wir wieder mal einen Jungen nachgesetzt. Den muss ich alle mal vom Groß befreien. Nächstes Jahr wird der junge Trieb zurückgeschnitten auf zwei Augen. Die Schutzhülle nach einer Saison draufgelassen. Und von den zwei Trieb wird einer einmal der Scheunerät, der wird dann im dritten Jahr angebunden als Fruchtbogen. Sofern er nicht wieder die Maus holt. Da haben wir jetzt, naja, das ist es auch Nächst. Genau das beginnt jetzt durch das, der lässt sich nicht bewegen die Trauben. Genau da ist die Druckstelle drinnen, wo sie aufplatzen und dann die Trauben versauen komplett. Ab und zu übersicht man da nicht. Das passiert an jedem. Wenn es auch nur so klein ausschaut, das ist unwahrscheinlich, was da für ein Druck drin ist. Und der wiederum ist mit der gleichen Länge sehr locker. Das sieht man schon, wie Perlenkeiten. Große, kleine Perlen gemischt. Die lässt sich bewegen. Da brauche ich nichts tun. 100 Prozent ohne Nachschädigung wird es eh nicht. Aber wir haben uns ein Bestes gegeben, was wir tun können. Na ja, dann machen wir Feierabend. Oder tun wir noch was? Ja, gute Frage. Die Alten sind ja reif für den Liegestuhl um der Zeit. Die Jungen geben halt Vollgas, bis auch mal sagen, eigentlich haben die Alten recht. Also machen wir einen guten Schnitt. Die drübere Seiten arbeiten eine Stunde und die Seiten herum geht um den Liegestuhl. Das darf er jetzt wieder so passen, gell? Also ich glaube, wir können uns wenig sein, oder? Ja, das darf ich schon. Für das, dass sie leiden sind, machen sie das nicht schlecht. Jawohl. Das passt nicht. Das passt nicht. Das passt nicht. So, und jetzt schauen wir uns, was die Jungen machen. Naja, die Jungen gehen mir ganz schön aus, bis dort jemand, bei der Nase, bei der Flecken. Es war Zeit, dass wir den einmal mitspritzen. Hast du das schon mal gesehen, wie das Unkraut da arbeitet, die Wildhirse, der hält sich da fest und lässt den Samen in die Box reinfallen, so gescheit ist das blöde Unkraut, ist unglaublich. Der wird sicher, wenn es geht, den vorbeigehen wir aus, aber immer kommst du nicht dazu. Einmal muss ich noch einen Kontrollgang machen, ob er groß ausgewachsen ist, das gehört ausgezupft. Siehst du, da ist ganz massiv bei der Nase bei der Hütze. Aber um die Zeit ist das normal und die sind nicht einmal gespritzt geworden. Zwei Meter, zwei Meter fünf sind die Seilen hoch und der steht da noch ein bisschen drüber. Also ein gigantisches Wachstum im Mai, haben wir es gesagt, Juni, Juli, August, drei Jahre, zweieinhalb Monate. Und da sind unten welche dabei, die sind zwei Meter fuchzig lang. Das ist Wahnsinn. Jetzt da haben wir so einen Paradefall, da muss ich die Hüllen aufheben, die Grosbuschen von der Erden ausziehen, mitsamt den Wurzelbohlen und entfernen. Und die Schachtel wieder in die Erden reingedrucken, damit es von unten her keinen Luftzug gibt. Und so mit der Länge, wie sie jetzt sind, zwei Meter oder über zwei Meter, kann ich schon einmal in der Mitte drei Kappen machen, damit das Längenwachstum einsteht. Und die kann man ohne weiteres nächstes Jahr schon auf Frucht ausschneiden. Die wird dann, so wie wir es vorher beim Wurzelbohlen gezeigt haben, einmal, zweimal, einmal dreht, einmal umdreht und vorne zurückgegangen. Und das hält es selber. Super schön angewachsen, muss ich sagen. Kaum Ausfälle. Von 3.000 Stecken habe ich bis jetzt 16 Ausfälle gehabt. Das ist wenig. Na gut, ich würde sagen, Jausenzeit ist auch gut. Ein gemütliches Jauserle unter dem Baum drinnen. In die Bergbeleger und der Gfreiziebein wird. Wo die Almrästlern wachsen und der Himm sie anbliert. Und das Schnee geht bald weg und es wird wieder grün und ihr Zweri bald wieder auf die Ulm auf wie gern. Und ihr Zweri bald wieder auf die Ulm auf wie gern. Das sind die besten Fernen überhaupt. Lang, stark, spitz, das wird aus japanischem Säbelstahl hergestellt. Einmal zeigen wir, wo der Bartl den Maust holt. Wir zeigen den Bartl, wo wir den Maust holen. Bartl, Bartl, Besenstuhl. Maustln kann ich, wenn ich zuhle. Nachbar der Oma tun, wo du hinschaust. Nachbar mit Hänger, andere Nachbar mit Steinder. Ja, so sind sie die Windespaar, wenn wir für ein Blödsinn sind, gell? Unser großes Geck ist, dass wir so nette Nachbarn haben. Die *** vom ersten Haus bringt uns vormittag immer Kaffee, Kuchen, wenn wir ein Bier oder Mineralwasser wollen. Und der, der vorher gerade mit dem Hänger weggefahren ist, der *** von oben, der schreit schon mal, wenn er sieht, dass ich fertig werde mit dem Mulchen oder was. Das ist gerade ein heißer Tag, so wie heute, hat er schon die Bierflaschen nicht mehr und die gehören mir aus. Da können wir Dämmershoppen. Können wir Dämmershoppen? Vielleicht hat er uns hingestellt. Ich schaue mal in den Kühlschrank rein.